Willkommen zurück zu einer neuen Runde ARMS Global Test Punch. Machen wir hier direkt, let's go. So, letztes Mal hatten wir Min Min. Jetzt nehmen wir Moorl. Ninjara nehmen wir Moorl. Den nehmen wir. Gucken wir mal. Der Kampf beginnt gegen Danny Boy. Ninjara gegen Ninjara. Schau mal, explodieren deine Arme kannst du auch... Was? Nicht mehr Runddick, nicht mehr lesen. Ah, falsch schnappt. Haha, scheiße. Eck muss erstmal wieder rinkommen. Ah, Mist. Habe ich dir grad gekontert? Ist da so aus, oder? Nein, Nuhoshi! Hör auf damit! Mann! Ich muss das erstmal hier richtig... Komm mir ja nicht klar, Leute. Mann, hör auf! Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Hä? Ne, Leute. Erstmal wieder rinkommen hier. in die ganze Schose. Wir lassen den machen mal so. Mal gucken. Wechsel mal. Neckst round, please. Ah, ba-ba-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hahahaha Hammer Hammer gemacht Jetzt getan Gebutz Ich muss ehrlich sagen, mit dem kommen wir nicht ganz so klar Mit dem Mann Was soll denn das? Hör auf damit Och Mann Er konnte nicht ausweichen wie neben dem anderen Mann Mann Wöhm Wöhm Er Wöhm Er wie macht denn der sein verschwinden? oh Mist, wie geht denn das? so team camp wo sind wir? orange team? ja mach damit, mach damit aufhören nein jawohl, haben wir noch den Schaft einwand frei läuft so oh 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 scheiße los ich schreibe an mis stop Sind die Kunde nur noch jung? Nein, er packt da nicht. Schade. Schade, Schade, Schade. 1 gegen 1? Basketball? Ne, jetzt nochmal. Warum denn? Mann, warum kommt denn der immer durch? Boah, ich bin ja schon fast kaputt. Scheiße. So, Mist. So, Leute, letzte Runde für die Fahrt. Dann machen wir wieder einen kurzen Cut. Dann werde ich diesmal den Kämpfer wechseln. Wie kann ich denn hier im Block gehen? Nein, ich wollte gucken, wie ich blocken kann. Hör auf jetzt. Nooo. Hehehe. Hehehe. Super, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Äh, jo, lasst den Daumen nach oben da. Ein Abo. Wir sind jetzt schon neun. Dann sind wir etwa zehn. Ich will frei. Gut, Leute, bis dahin. Macht's gut. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen.